Hallo und herzlich willkommen zu den Heimatgeschichten. Diese Woche sind wir in Meising unterwegs, einem Ortsteil von Pöcking im Landkreis Starnberg. Der Ort ist bekannt für den Meisinger See und die Meisinger Schlucht, die unter Naturschutz stehen. Aktuell leben hier rund 350 Menschen. Willkommen zu den Heimatgeschichten, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute sind wir zu Besuch in der Galerie bei der Andrea Silberhorn-Piller. Ich grüße dich, Andrea. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass wir reinschauen dürfen. Wir wollen natürlich als allererstes mal sehen, was du so alles machst hier in deiner Galerie. Du hast verschiedene Serien, hast du mir schon erzählt. Vor welcher stehen wir hier? Genau, das ist die Serie Bayerisch Blau. Für mich ganz wichtig, weil die Kühe für mich einfach die Heimat hier sind. Das ist für mich Meising, gerade die schwarze Kuh hier, die stand auch hinten auf der Weide. Und Bayerisch Blau eben, weil es ein bestimmtes Blau ist, das Blau, das wie unser Himmel ist, wenn er so strahlt. Das ist eine Mischung aus Türkis, Blau, einem grünen Pigment, das ich entdeckt habe. Genau, es ist ein ganz spezielles Bayerisches Blau. Im Gegensatz zu dem Preußisch Blau, das viel dunkler ist. Stark. Die knallen schon ordentlich, die Kühe. Also die sind schon ein richtiger Hingucker. Farbe ist bei dir ein großes Thema. Ja. Auch bei der anderen Serie da hinten, da wird es auch ordentlich bunt. Genau. Also ich gehe immer, auch wenn ich Kurse gehe, genauso wenn ich morgens ins Atelier gehe, davon aus, es kommt auf die Stimmung an, die in dem Moment herrscht, die ich selber habe. Und dementsprechend suche ich zuerst mal die ersten zwei, drei Farben aus, die mir an dem Tag wichtig sind. Und so setze ich es sozusagen an. Genau. Also zuerst die Farbwahl und der Hintergrund und dann das weitere Vorgehen. Das ist jetzt aber ein ganz, ganz anderer Stil. Also das ist jetzt schon sehr abstrakt ja eigentlich. Was ist da der Gedanke, die Idee dahinter? Also wenn ich Kühe male oder wenn ich einen speziellen Auftrag male, dann ist es so, dass es ja schon eine sehr intensive, anstrengende Arbeit ist. So eine Kuh geht ja über einige Wochen, bis ich dann, bis ich mir denke, so jetzt schaut sie mich an. Ja, so bis der Blick stimmt, bis der Ausdruck stimmt. Und die Schwingungen sind ja so eine ganz intuitive, leichte Arbeit, wo ich mich auch wirklich selber ein bisschen entspannen kann. Es ist so eher so ein Farbenspiel einfach, ja. Und ein drittes Steckenpferd von dir sind die Krafttiere. Da, wo es jetzt ganz weg geht von der Farbe eigentlich. Also da habe ich jetzt zuletzt eine Schwarz-Weiß-Serie von Krafttieren erarbeitet. Da kommt noch der Stier dazu. Hier ein Greifvogel und ein Panther. Dann auch noch einen Stier. Was ist die Idee hinter dem Krafttier? Warum Krafttier? Also es ist ja so, dass in verschiedenen Kulturen immer wieder die Tiere einen Schutz darstellen, dass sich Menschen auch Tiere malen lassen. Von mir zum Beispiel der Panther, eine Kundin hat den einfach über dem Bett hängen und sagt, wenn sie aufwacht, der Panther gibt ihr Kraft für den Tag und sie geht praktisch damit mit dem Bild wieder ins Bett und kriegt einfach eine Kraft, einen Schutz einfach für sich. Du gibst ja auch Workshops, wo ihr dieses Krafttier überhaupt erst erarbeitet. Wie kommt man da drauf, wenn ich jetzt gar keine Ahnung habe? Ich hätte keine. Ja, also da gibt es eine, da kann man so eine Art Trance machen. Das heißt, der Körper wird ruhig und die Empfindungen werden intensiviert. Also praktisch, ich gehe dann über eine Traumreise, über eine kleine Trance in das Land der Tiere sozusagen und da findet dann jeder, die Augen sind geschlossen, der Körper ist ganz ruhig, über bestimmte Empfindungen einfach zum Tier, das ihn schützen kann. Was ist denn dein Krafttier? Mein Krafttier ist der Kolibri. Der Kolibri? Ja, genau. Schön. Ich habe zwei sogar, ich habe einen Chameleon und den Kolibri. Also Kolibri ist für mich einfach, ich habe auch leider jetzt nicht an, aber eine Kette von einer Freundin geschenkt, ich kriege mit einem Kolibri, so den tue ich um und dann bin ich einfach unterwegs. Ja, wie der Kolibri von Blüte zu Blüte fliegt. So habe ich genau, habe ich den Kolibri für mich. Andrea, wo kann man denn deine Bilder sehen, außerhalb von deiner Galerie hier in Meising? Wo stellst du denn demnächst aus? Also kann ich schon mal einladen für Ende Juli, Anfang August mit zwei Künstlerkolleginnen, einer Glaskünstlerin, einer befreundeten Schweizer Glaskünstlerin und einer Fotokünstlerin aus Starnberg in der Orangerie im Englischen Garten. Dann, weil ich weltweit unterwegs bin in Barcelona im November und in Paris im September. Also gibt es immer wieder Spots, sag ich mal, Ausstellungen. Ausstellungen, Spots, wo man dich sehen kann. Toll. Wir können jetzt gleich noch dir ein bisschen bei deiner Arbeit zuschauen und mit dabei sein, wie solche tollen farbenfrohen Bilder bei dir entstehen. Vorher machen wir noch eine ganz kurze Pause. Bis gleich. Da sind wir wieder mit den Heimatgeschichten aus der Galerie Silberhorn in Meising. Hier gibt es auch immer wieder Kurse und Workshops. Entsprechend darf ich jetzt auch ein bisschen kreativ werden. Ich habe jetzt für dich schon eine Leinwand vorbereitet, weil es ja so ein bisschen im Zeitraffer ist jetzt hier. Ich habe ein Gold mir gedacht. Würde dir gefallen? Ja. Als Kombi zu dem Pink. Und dann habe ich noch als Idee, wenn es für dich passt, ein besonderes Lila, dass eben dadurch, dass es je synthetischer ein Pigment ist, desto mehr Eigenleben hat es. Und mit dem kann man dann praktisch am Ende noch ein bisschen so was reinzaubern. Schaut gut aus. Wie geht es los? Wie geht es los? Also die erste Schicht ist schon da. Ich habe ein bisschen Wasser schon vorbereitet in einen kleinen Teller gegeben. Ich gehe direkt mit der Farbe immer auf die Leinwand. Das heißt, ich gebe dir das jetzt in die Hand. Okay. Und du gibst direkt die Farbe auf die Leinwand und dann kannst du es mal verteilen. Oh Gott. Ja. Also direkt jetzt einmal drauf warzen. Eine ordentliche Portion auf die Leinwand. So. Super. Dann gebe ich dir den Pinsel in die Hand und jetzt verteilst einfach nach Gutdünken einfach so, wie es dir gefällt. Ganz wild. Wie du magst. Wie es mir gefällt. Genau. Wie dir gefällt. Genau. Das Gute ist, dass da jetzt, ich habe noch nicht das Gefühl, dass ich was kaputt machen kann. Nee, überhaupt nicht. Insbesondere gibt es bei den Bildern viele, viele, viele Schichten und somit kann man ganz, ganz frei und wild auch drauf losmalen. Also ich weiß nicht, wie dick und dünn muss es sein. Super, super. Nee, können wir gleich weitermachen. Okay. Ich gebe dir jetzt einfach gleich das Pigment in die Hand. Mit Pigmenten habe ich noch nie gearbeitet. Ja. Also ein bisschen vorsichtig sein. Ich setze normalerweise keine Maske auf, aber nicht aus großer Höhe, sondern einfach ein bisschen aufstreuen. Einfach aufstreuen. Auf die nasse Farbe? Genau, Pigment kann man einfach mit Wasser lösen, weil also Acrylfarbe besteht ja auch aus Pigment und Wasser und Acrylbinder. Und den Trick, den ich dabei habe, das ist der, dass ich den Binder weglasse, sondern wirklich dann mit dem Pigment dann und Wasser arbeite. Sprühflasche mit Wasser gefüllt, die könntest du jetzt einfach mal ansprühen, die Farbe. Das Pigment. Also das Pigment, genau. Ach, stark. Und jetzt verteilt sich das. Genau. Also kann man das auch so ein bisschen schräg machen? Ja. Dass das ein bisschen... Ah. Genau. Cool. Noch mehr? Muss das ganz nass werden, oder? Genau. Und gleich von dem Pigment auch noch ein bisschen was drauf. Dann schauen wir mal, wie das reagiert. Weil jedes Pigment reagiert anders. Ui. Genau. Da bin ich ein bisschen sparsamer. jetzt noch damit. Okay, das wird eine abstrakte Arbeit, Romana. Super. Also los geht's. Das Ganze einmal aufgestellt. Okay. Und jetzt. Und jetzt. Gebe ich dir als erstes mal die Sprühflasche in die Hand. Probieren wir es mal, ob es mit Sprühen praktisch geht. Dann würde ich an deiner Stelle jetzt hier unten mal... Also das wolltest du halten. Ja, das war ganz schön. Genau. Und dann hier einfach mal ansprühen, dass die Farbe fließen kann. Ganz viel dann. Genau. Ganz viel Wasser. Super. Superschön. So eine Technik ist perfekt für so jemanden wie mich, der sich mit dem Abstrakten so schwer tut, weil man da einfach besser loslassen kann, weil das Bild macht es ja selber. Ja, genau. Irgendwie so ein bisschen stark. Für wen gibst denn du deine Kurse so alles? Für alle und jeden. Also ich arbeite sowohl in der Stiftung für Demenzkranke, ich arbeite mit internationalen Stiftungen, also mit türkischen Frauen und südamerikanischen Frauen und natürlich hier im Atelier mit Kindern, mit Erwachsenen, also oftmals auch Frauengruppen, Freundinnen, die sich treffen. Geburtstage feiern oder so. Genau. Andrea, also für jeder Mann, auch für Männer. Ja. Du hast jetzt die Kunst ja wirklich in deinen Lebensmittelpunkt gestellt. Du malst selber, du gibst das Ganze weiter. Was bedeutet dir das, dass du dein ganzes Leben jetzt so um die Kunst arrangiert hast? Was bedeutet das? Also für mich ist es Elixier. Die Farbe ist für mich Elixier. Also ich weiß auch, wenn ich ins Atelier gehe, das ist der Tag eigentlich schon für mich gewonnen. Ja, wirklich. Also das ist so. Man kann sich schon ein bisschen das Leben selber gestalten und durch die Kreativität ist es halt einfach unglaublich bereichert für mich. Und das Ganze machst du jetzt nicht irgendwo, sondern hier in Meising. Du hast vorhin schon gesagt, die Kühe haben hier direkt einen Bezug zum Ort. Genau. Inwiefern spielt jetzt hier der Ort, die Region mit rein? Warum fühlst du dich hier so wohl? Also es ist einfach eine unheimlich schöne Landschaft. Also es ist auch ein Traumplatz, den wir uns hier gesucht haben. In Meising ganz bewusst. Das Fünfseenland ist einfach fantastisch in meinen Augen. Also einfach wirklich ein wunderschöner Platz zum Leben. Und dieses Dorf hat auch einfach eine Qualität. Durch die Umgebung ist es schön, die Nachbarn sind total nett. Also ich kann hier wirklich ganz frei arbeiten. Es ist einfach ein Traum. Vielen, vielen Dank fürs Zeigen, fürs Erklären, fürs mich hier machen lassen. Ich finde es gar nicht so verkehrt, was wir so in der Kürze der Zeit hingekommen haben. Alles Gute dir. Vielen Dank. Ihnen daheim danke fürs Einschalten und bis morgen in den Heimatgeschichten. Servus. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.